Wie aktiviere ich meinen inneren Arzt? Punkt 1, Nervensystemen in Stressen. Dauerhafter Stress über körperliche Trigger, wie beispielsweise Entzündungen oder auch emotionalen, mentale Trigger, führen immer zu einer Überaktivierung des sogenannten Sympathikus und zu einer Deregulation des Nervensystems. Und das ist der Nährboden für sämtliche Veränderungen und chronischen Erkrankungen. Punkt 2 ist Darmgesundheit. Dazu gehört eine gute, ausgewogene, gesunde Ernährung, genauso wie möglicherweise auch die Zufuhr von Mikronährstoffen, die wir vielleicht über die Nahrung nicht einnehmen. Zudem ist die Darmgesundheit zu checken. Stichwort ist hier beispielsweise eine entzündlich veränderte Darmoberfläche, wie wir das beim Leaky Gut haben. Dadurch können Mikronährstoffe und Makronährstoffe weniger gut aufgenommen werden und gleichzeitig werden Giftstoffe schlechter austransportiert und dann wieder zurück in den Körper geleitet. Punkt 3 sind die Kraftwerke deiner Zellen, die sogenannten Mitochondrien. Die Funktionsfähigkeit dieser Mitochondrien ist ganz, ganz wichtig, um überhaupt eine entsprechende Energie für die Zelle bereitzustellen und vor allen Dingen darüber hinaus auch eine entsprechende Hormonbalance intakt zu halten. Das heißt, du kannst die Mitochondrien wunderbar unterstützen mit entsprechenden Stressreizen, positiven Stressreizen, wie wir das beispielsweise beim Sport setzen, bei Wechselbädern oder auch bei Sauna und vielem mehr. Zusätzlich haben wir natürlich weitere Behandlungsmethoden, die wir hier auch einsetzen können, um deinen inneren Arzt zu aktivieren.